Ach du Schande, wie hoch denn noch? Bitte! Nein! Jetzt! Alter! Verzwiebelt euch! Nein! Alter, wie schnell sind diese verdammten Fische eigentlich? Geh weg! Wisst ihr, was ich jetzt mache? Alter, wie viele sind denn das davon? Nein! Alter, so schnell sind die doch normalerweise. Langsam, aber nur langsam, macht das Spiel mich ein bisschen wahnsinnig. Nein! Okay, ganz ruhig. Oh oh! Jetzt! Nein! Alter, wie soll denn das funktionieren? Sagt mir das mal, wie? Alter, wieso müssen da so scheinheilige Viecher rumklettern? Jetzt! Langsam ist es nicht mehr schön. Los! Nein! 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 Ohne Worte! Ich sag nur, ohne Worte. Verzieht euch doch! Geht auch mal schneller nach oben, Menschenskeas! Geht doch nicht! Jetzt! Na, endlich! Nein, 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 nein! Ich habe meinen Glauben verloren. Der Fisch erlaubt einem keinen, auch noch so kleinen Fehler. Jetzt! Jetzt! Ihr seid solche... Verdammten! Jetzt! Nein! 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 Allein wenn das so weitergeht, mache ich das offscreen. Weil ich habe keine Lust, mich hier vor euch zum Deppen zu machen. Für euch ist hier was anderes. Na los, spring doch! Spring doch! Nein, na, 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 na! Jetzt! Nein! Spring doch einfach an dieses Seil! Ist das denn zu viel verlangt für einen Affen! Nein! Nein! Und jetzt! Ja, na, 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 na! Ja! Ja! Springt doch! Wieso gehen... Wieso habt ihr nicht jetzt nicht weitergehen können? Ihr könnt mich mal alle, wisst ihr das? Ganz besonders du da unten. Alter. Verzieh dich bloß. Du kannst mich gleich mal gern haben, weißt du das? Nein, 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 nein. Wieso halten sich? Bitteschön, ein paar Affen. Nicht an einer... Verdammten Strickle... Das ist mir ein Rätsel. Boah. Ich hab das Spiel gar nicht so schwer in Erinnerung. Los. Nein. Nicht doch. Geh weg. Ich laufe einfach weiter. Alter. Alter. Keine Rücksicht auf Erluste. Einfach weiter. Los, durch. Durch, 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 durch. Das war jetzt klar, dass wir... ...eben das jetzt nicht mehr schaffen. Los, doch. Das muss schneller gehen. Das muss alles einen Tick schneller gehen. Jetzt lauf. Dieser Ver... Verdammte Piranha. Geht mir so dermaßen auf den Zeiger, ne? Nein. Los, lauf, lauf. Jetzt, lauf, jetzt. Lauf, 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 lauf. Lauf! Nein! Oh, lauf, 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 lauf. Was soll das? Safe. Geh weg. Bleib bloß weg von... Los! Bleib bloß weg von mir. Nicht so wichtig. Ha. Habe ich dich ausgetrickst, was? Das ist nicht schön, oder? Wenn man ausgetrickst wird. Lauf schneller. Lauf, 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 lauf. Los doch. Los doch. Alter, wie soll denn das funktionieren? Ja, normalerweise ist das nicht meine Art, aber ich werde gerade... Na, los. Verzählst du mir nicht, dass ein Affe nicht klettern kann? Ja, schön, weiter jetzt. Toll. Wenn sie nicht springen sollen, springen sie immer. Ah, das Let's Play verlangt mir wirklich so einiges an Willensstärke ab. Los, 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 los. Los, los. Das gleiche Problem hatten wir doch mit Didi-Kong. Los, flieg schneller. Los, los. Leute, langsam denke ich wirklich, das Spiel will uns verarschen. Los, los. Los, los. Vielen Dank.